oi 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 da ist das matt ja nächste partie geht los hier vier spieler schach mit meinen mods ich probiere mal einen anderen ansatz das eben hat das so ich würde sagen wir müssen wir gehen jetzt ganz solide auf blau würde ich jetzt einfach mal so vorschlagen du meinst sie das ist der schwache punkt bei unseren gegner naja was heißt schwacher punkt aber ich glaube dass wir nicht unter druck setzen anscheinend hat hupfdjot gerade ein paar schwächen ausgeloht ja das gefällt mir schon mal was du dann machst ja gut dann spiel mal halt mal sehen wie du dir jetzt sie lassen die läufer die können sie sind lang strecken sie das überlegt beide kann er nicht retten hier ergibt die dame ergibt die dame er will auf mich gehen ich sehe schon er will auf mich gehen er will sich gleich mal einen turm schnappen aber dran den läufer vorziehen wäre doch machbar gewesen oder sehe ich das verkehrt einfach den läufer vor die dame ziehen ja gut da aber die dame ist schon auch eine schöne figur hätte ich mich nicht gerechnet wäre es besser gefeiert alles gut so hat der läufer schaut doch der schön aus oder der schön gut aus ja also welcher jetzt wie ein fahn im fleisch ja alle ja gerade habe ich das irgendwie wissen ich kann nur punkte machen aber guck mal hier ich gebe den support da ist das matt also hopf du dich sag mal so die strategie die war perfekt wie geht es jetzt noch weiter ach so es kommen jetzt noch ein paar zugegeben das heißt ich kann auch in style zu machen so ok ja ich muss dazu dass mir niklas sehr gut unterstützt hat ich glaube ich hätte eine andere variante genommen aber ich sehe das machen wir machen wir nochmal rematch das war jetzt nicht so stehen lassen das war schon eine bittere noch mal gerade das ist ja ok so jetzt spiele ich mit blau ist auch mal schön blau ging ok gut du fängst an sie das ach ich fange an ja ja du bist jetzt rot rot fängt wie immer an ich weiß nicht warum aber bei rot darfst du gehen so mal sehen wie wir es diesmal machen ok läufer wieder das mag ich hier läufer für den tieren das sieht doch schon mal vernünftiger aus gefällt mir auch gut ach ich ziehe den sogar zwei nach vorne warum nicht ach da steht ja mein könig warum steht mein könig ach so jetzt habe ich das komplett das war nicht so gut egal ich bin verwirrt hier eben stand mal könig auf der anderen seite ja egal so weiter hat schon teuer oder sehe ich das zeigst was da los passt schon schlappt doch einfach was soll ich denn schlagen ich wollte das nicht dachte da würde meine damen stehen auf e8 und ich habe mich auch verschaut aber da ist der bauer wegnast 6 ja ich habe mal mir wurde was gesagt ich habe gehört ja ich sehe schon das hat er dir aus dass sie das gegen hupf tut spielt sie das gegen die huschenbeet spielt und jonathan und ich nur ausführende gegner sind spieler sind ausführende spieler danke auch ok 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 so zum glück hat er ein läufer geschlagen um hoff du bringt die springer raus ja das ist eine gute idee das war die idee was macht denn Silas da eigentlich was ist ach da ach da habe ich was übersehen ok jetzt verstehe ich das hatte ich überhaupt nicht auf dem schirm dass ich da dem läufer hätte schlagen können aber ich wollte den läufer von ihm nicht stehen lassen von daher Ja, ich bringe auch mal einen Springer raus. Ja, Läufer sind schon schöne Figuren in diesem Format. Kann man nicht anders sagen. Hast du auch eine Präferenz im normalen Show? Du bist auch so Läufer. Ja, ich mag auch Läufer gerne. Ich glaube, irgendwann laufen alle Flächenläufer über. So, der war bestimmt nicht schlecht. Mach mal, mach mal, mach mal. Der ist gut. Geht das schon? Ja, das geht schon. Wir machen es einfach so wie eben. Diesmal gehen wir aber auf Zeix. Zeix? Geht das schon? Ach so. Schach, dem König. So, jetzt ist die Dame weg. Nett. Ja, was soll ich denn machen? Ja, aber du kriegst zwei Figuren dafür. Ist doch nicht so schlecht. Ja, danke. Du hast keine Wahl, oder? Hatte ich eine Wahl? Nee, nee. Ja, ist alles gut. Aber dafür habe ich jetzt meine beiden Läufer schon abgegeben. Ist auch traurig eigentlich. Was macht eigentlich Silas? Der macht irgendwas da. Der chillt einfach, ne? Der baut sich da ein Häuschen, chillt. Okay. Ähm. Ist doch auch was, oder? Ja, aber so hilfst du natürlich es selbst nicht, der hier angegangen wird. Ja, kann ich ja nicht. Alles cool. Ja, was will er denn noch machen? Ja, was willst du denn machen? Wenn du mit deinen Figuren hinten drin stehst, ist das natürlich schwer, oder? Das ist schwer. Okay. Okay. So. Hupft du das dann? Ist auch schon gezogen. Okay. Dann bin ich wieder dran. Ich gebe auch nach vorne hier. Ja, gut. Kann ich auch nicht... Ja, nee. Kein Problem. Ich glaube, wir müssen was gegen den Bauern da machen, gell? Der blau oder der rote. Der ist... Schachtgebot. Habe ich gar nicht gesehen. Der Bauer... Ja, den... Der ist doch gleich weg, der Bauer. Was ist denn das jetzt? Hupft du. Das soll jetzt... Aber gut, das Schach habe ich wahrscheinlich geben müssen, oder? Hä? Konnte ich jetzt nicht. Wie? Das? Ich verstehe gar nichts. Du hast gerade deinen Darm abgegeben. Nein. Ich bin grün, Niklas. Ja, ich weiß. Ja, deswegen ja. Ah, um Gottes Willen. Oh. Ja, um Gottes Willen trifft's gut. Aber hast du da nicht ein Pfeil hingezeichnet eben? Ähm... Zurückgeben? Ähm... Habe ich das, Chad? Nein, nein, nein. Also... Wenn ja, war das nicht als Zugintention gemeint. Sorry. Oh Gott, das will... Oh Mann. Egal. Jetzt wird's schwierig, oder? Na ja, gut. Jetzt hat er auch noch... Hast du den Baum gerade nicht geschlagen da? Ja, ich habe die Dame genug. Ne, hupf du, du... Den Baum... Ne, genau. Ich... Ich habe ein bisschen Angst, dass ich da jetzt... Ich möchte jetzt eigentlich kurz vorrieren. Okay. Ähm... Ja, aber der Bauer ist auch so ein fahle Fleische, würde ich sagen. Okay, ich gebe erstmal... Wir können... Wir müssen weiter hier auf CX gehen. Der ist... Am wenigsten Figuren. Genau, genau. Den kannst du gleich auch mal nehmen. Und... Um dich mache ich mir ein bisschen Sorgen. Weil du hast... Silas! So, vielleicht kann ich mal irgendwie den Turm aktivieren. Mal sehen. Silas greift jetzt an. Silas kommt raus aus seinem Versteck. Ähm... Ich muss mal hier auch was machen. Ja, aber dann auch langsam. Irgendwie müssen wir anweilen. Ja... Ich habe... Ja... Im Schachstand. Okay. So... Ja, genau. Bauern raus. Turm muss auch mal raus. Wir müssen nur schauen, dass du nicht matt wirst. Äh... Hopplut. Aber noch ist der König safe, soweit ich das sehe. Ich habe doch gerade eben gezeigt, dass ich nicht so gut im Watt setzen bin. Da braucht man sich jetzt keine Sorgen. Das gefällt mir auch gut, sehr gut. Ja... Ja... Ups... Gehen wir dich dran? Ne, doch nicht. Ja, ich kann da vielleicht ein bisschen dir noch helfen. Guck mal, ich mache gleich diesen schönen Zug. Was sagst du dazu, Hopplut? Wir gehen jetzt voll drauf auf ihn. Voll drauf da. Oh ja, der gefällt mir sehr. Sehr gut. Aber... Ja, vielleicht... Vielleicht sowas hier? Oder... Den Bauern... Vielleicht den Bauern dahin? Dann wird doch der Leuchte... Ja, genau. Das hatte ich auch vor. Den hatte ich jetzt auch vor. Ach, ich bin immer auch nicht dran. Oh, Silas muss eigentlich jetzt verteidigen mit. So, Steve Berger ist auch im Chat. Ja. Grüße gehen raus, Steve. Ich verteidige mich. Das geht auch um. Er kann... Also, falls der Steve sich mal aufopfern wollte, würde ich gerne meinen Platz räumen. Also... Steve, hast du Lust? Ja, klar. Steve, hast du Lust? So, ich gebe erstmal ein Schachgebot. Der Turm könnte zwar geschlagen werden, aber den kann Hopplut noch verteidigen, wenn er will. So langsam werde ich besser her. Wenn ich will. Ich meine, da steht noch eine Dame. Da steht noch eine Dame, Niklas. Da brauchst du noch... Jawohl, jetzt bin ich dran. Nee. Zeig's. Ja, der Bauern... Wenn du den nicht schlagen kannst, ist mir klar. Aber das... Silas kann ihn schlagen. Und dazu müsste er ihn decken, Hopplut. Also darüber habe ich gerade gefragt. Ach so. Ja, ja. Ich sehe es hier alles. Das war die Idee, dass ich der Schach gebe. Ach der. So, was macht Silas? Ja, schreibt unter chest.com.de. Er ist gerade durch. Zweite... Zwei Stunden Quarantäne Liga gespielt. Er schreibt Steve, oder wie? Was? Mhm. Ja. Unter dem Account von chest.com.de. Ach so, gerne ein andermal. Ich habe mich schon... War schon überrascht. Oh. So, jetzt kommt doch hier die Dame reingeritten in die... in die gelbe Stellung. Ah. Ah. Nicht nur als der Punkt, glaube ich, oder? Auf den gehen wir jetzt. Ach, das ist gleich vorbei hier. Schön. Das ist doch... Ah, ja. Das ist doch gleich vorbei hier. Ist doch gleich vorbei. Ja. Oh Gott. So. Wer ist dran? Silas? Silas. Okay. Was macht Silas? Ja. Das muss man nochmal einen Blick auf mich werfen, oder? Es sollte nichts passieren bei mir. Ja, nur sowas müsst ihr vielleicht aufpassen, aber hat er jetzt nicht gesehen. Oh. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Aber... Okay, gut. Ja, ich bin dran. So, ist schon matt? Ja. Da, da, ja. Nein, ist noch nicht matt. Doch. Ja, doch. Wie? Warum ist denn das jetzt schon matt? Ach, weil er nicht schlagen kann. Genau. Gelb kann er nicht. Unmittelbar schlagen. Ach, ich dachte, es ist nochmal... Es sind nochmal alle dran. Aber scheinbar nicht. Ach so. Nein, äh... Silas hat angefangen sogar. Silas hat ja angefangen. Jetzt läuft das doch hier. Jetzt läuft das doch hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.